Guten Abend miteinander. Für eine ausgewogene Nährung hat das Brot eine grosse Bedeutung. Es ist nämlich nicht nur ein wichtiger Energielieferant, ohne dass es dick macht, es enthalten auch eine Vielzahl von lebenswichtigen Bau- und Schutzstoff. Schon 100 Gramm des Falkornbrots decken zum Beispiel einen guten Teil des Tagesbedarfs an Kohlenhydraten in Form von Stärke und Eiweiss. Es enthält ebenfalls für die Verdauung so wichtigen Nahrungsfasern aber nur wenig Fett. Verschiedene Vitamine und Mineralstoffe kommen im Brot natürlich ebenfalls vor. Aber auch wenn man nicht immer noch an gesundheitliche Werte denkt, macht einem das Brot schmackhaft. Denn jeden Tag backen die Kohlbäckermeister in den verschiedenen Regionen über 140 verschiedene Brotsorten. Unter anderem Spezialbrot aus besonders wertvollen Korn- und Mehlmischungen, die für Abwechslung auf dem Tisch sorgen. Abwechslung bietet ihnen Kohlbau, wenn es um einen Brotaufstrich geht. Der neue Doporam Frischkäse Grémifin gibt es nämlich gerade in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Natur, mit aromatischen Kräutern und mit rassigem Meerrettich. Die Grémifin ist in einem wiederverschliessbaren Becher abgehackt. So bleibt der zarte Genuss frisch und appetitlich, auch wenn ausnahmsweise nicht alles aufs Mal gegessen wird. Wer die ausgewalten Kuchen- und Blätterteige von Coop könnte, möchte ich sicher nicht mehr darauf verzichten. Neu gibt es bei Coop jetzt auch einen ausgewalten Teig aus Falkornmehl. Das Falkornbrot hat dieser Teig mehr Nahrungsfaser, ist kräftiger im Geschmack und eignet sich darum besonders gut für rustikalere Belege wie Gemüseweilen usw. Anmechelige Rezepte liegen jeder Packung Falkorn-Teig übrigens bei. Grüezi miteinander. Die Schweizerküche ist heute aus dem Kanton Neuenburg. Und zwar ein gefüllter Weisskabis. Die Romands sagen dem Gericht La Béroche. Für vier Personen braucht es einen mittleren Weisskohl. Die Blätter habe ich schon gelöst und im kochenden Salzwasser drei Minuten ziehen lassen und dann auskühlen lassen. Für die Füllung habe ich eine Zwiebel gehackt, Schinken in Würfel geschnitten und dann mit Schweinsbrät, zwei Eiern und altem Weissbrot verknettet. Die Füllung jetzt portionenweise in die Blätter einpacken. So. Das herumschlagen. Mit Schinken umwickeln und dann mit Faden Kreuzweiss binden. Zu diesen Kabispäckchen gebe ich jetzt noch klein geschnittenen Lauch und Rüebeln, einen Kalbsfuss, gissen Bouillon dazu und lassen das zugedeckt dreiviertel Stunde schmoren. Wenn Sie das Bild jetzt lustig machen, dann können Sie die Coop-Zeitung in der Mitte aufschlagen. Dort finden Sie nämlich das genaue Rezept. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein ganz spezielles Kochbuch vorstellen. Die 100 besten Rezepte aus dem Coop-Mittuchstudio. Sie können es jetzt zu einem einmalig günstigen Preis in jedem Coop-Laden als weitere Jubiläumsleistung kaufen. Es hat, solange es hat. Nur 40 Franken kostet bei Coop die Satrap Kaffeemaschine. Und ein Liter Coca-Cola oder Coca-Cola Light bekommen Sie für nur 95 Rappen. 200 Gramm Nescafé Gold Deluxe gibt es für nur 11,95. 500 Gramm Brüsseler Chicoré aus Belgien für nur 1,60. Und ein schöner Strauss von Siderose mit einer Gypsophilia für nur 5,90. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. Das Kilo Coop Quick Knoschinkli für nur 21 Fr.